Hallo ihr lieben Daniel-Lewinski-Fans, ich bin hier in Berlin, heute zur Schlicker-Premiere, die in zwei Wochen auf Seite 1 läuft, am Dienstag, am 30. September, wenn mich nicht alles täuscht, ist das richtig? Und ich habe hier gerade an der Theke erfahren, dass ihr euch alle an diesem, nicht ihr alle, aber einige von euch, sich an diesem Gewinnspiel Daniel-Lewinski-Gewinnspiel beteiligt haben. Ich habe ein paar Sachen zu sagen. Die DVDs sind hoffentlich in Ordnung. Ich hatte mal eine, die hat gewackelt nach 10 Minuten. Das war aber erste Staffel. Also schön auspacken, wenn die wackelt, zurückschicken, neue bringen lassen. Die Kostüme. Ich weiß, dass in dem einen Kostüm ein Loch ist. Das tut mir jetzt wahnsinnig leid, das müsstet ihr wahrscheinlich selber stopfen, weil ich weiß nicht, ob sich da von Sat.1 einer bereit erklärt, das zu machen. Und Schuhe sind völlig in Ordnung. Da habe ich gut drauf Acht gegeben. Ja, vielleicht noch eine Sohle reinlegen für den Winter. Ist ein bisschen kalt in den Lewinsky-Klamotten. Und das Dritte? Was war das Dritte? Die Poster! Das habe ich nicht gemacht. Das habe ich jemandem unterschreiben lassen. Nein, natürlich nicht. Das habe ich unterschrieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das Finale von Daniel Lewinsky. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.